Musik Ich verstehe nicht ganz, wie oft habe ich was gemacht? Sie angetatscht, an ihr umgespielt, nachts in ihr Zimmer gegangen, sie missbraucht, wie würdest du es denn gerne nennen? Ich weiß nicht, wovon du redest, ich weiß nur, dass das ja nicht der richtige Zeitpunkt ist für diese Diskussion Ach, und ich finde, es ist der perfekte Zeitpunkt Lilly, geh bitte auf dein Zimmer Du bleibst hier! Wir sind eine glückliche Familie Schatz, bitte, das hatten wir doch alles schon Und du weißt, wie lange es gedauert hat, bis wir alles wieder in Ordnung hatten, bitte! Wie konnte ich eigentlich so blöd sein und dir glauben? Denk an unsere Zukunft, denk an unsere Tochter Ich war mal im Wohnwagen mit Bettina Soll ich Ihnen jetzt im Detail erzählen, was passiert ist? Ich bitte darum Wir haben gefögelt Zufrieden? Sie wurden verprügelt, ich habe das doch gehört Was ist mit Eileen? Was ist passiert? Das ist mit Eileen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017